Aber man kann sich ja nicht, wenn er es in der Hand hält, dann wackelt es ja die ganze Zeit. Achso, dann hat er das Ding schnell geschnackt. Ach, da kommt er dann nicht hin. Mir tut er ein bisschen leid. Mir tut er total leid, ganz ehrlich. Aber ich bin jetzt auch nicht von Greenpeace und mache versteckte Kammer. Die anderen können auch ein bisschen gestört zu sein. Die anderen sind so glücklich hier. Ja, warte, gib mir noch 10 Sekunden. Der hat gerade nicht aufgenommen, ich muss nochmal aufnehmen, entschuldigen. Oh, das ist gut. Ich bin jetzt hier. Vielen Dank.